Die gesamte Bevölkerung sollte Ruhe bewahren, im Vertrauen darauf, dass wir die Lage unter Kontrolle haben und eine Lösung finden. Wenn ein Return nicht binnen 36 Stunden seine Injektion bekommt, ist die Ausbreitung des Virus in seinem Körper unumkehrbar. Und wir alle kennen die Folgen, die das mit sich bringt. Überall auf dem Gang lagen Leichen herum. Einige von ihnen hatten schwarz gerenderte Einschusswunden am Kopf. Er hat den Finger nur ein bisschen mit dem Zahn angeritzt. Kleiner Kreuzer. Aber manchmal haben solche Kleinigkeiten furchtbare Folgen. Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Sie erforschen schon seit ein paar Tagen das neue Antigen. Auf Returns und Partisanten greifen mittlerweile in die Unruhen ein. Fast kam es zu einer offenen Straßenschlacht, als die Nachricht vom Nunchmord an mehreren Return die Runde macht. Sie hätten mich da einweiht. Also was soll ich tun? Die Hände in den Schoß legen und ihm beim Sterben zusehen? Ja, ich weiß auch nicht, aber es könnte sein, dass es mich erwischt hat. Welche Symptome habt ihr, Sir? Kalte Schweißausbrüche, Herzrasen und Atemluft. Atemluft. Nennen Sie mir bitte Ihren Namen, Sir. Alex, Green. Die Hände in den Schoß.